Welchen Dingen auch immer wir unserer Aufmerksamkeit schenken, sie färben unsere Erfahrung, den ganzen Tag über, jeden Tag in der Woche. Sobald wir beginnen, uns mit unseren Gedanken zu beschäftigen, merken wir, dass die meisten davon Wiedergänger sind. Oder es geht um zu lösende Probleme. Ich muss John wegen des Daches anrufen. Hoffentlich kriegt er das jetzt endlich hin. Oder wir machen uns Gedanken über unsere Vorlieben. Ich mag die Art, wie dieser Mensch spricht. Und Abneigungen. Der Verkehr um diese Uhrzeit geht mir wirklich auf die Nerven. Oder um Selbsteinschätzungen. Oh je, das habe ich echt in den Sand gesetzt. Was mache ich jetzt nur? Und das habe ich aber gut hingekriegt. Hoffentlich merkt es jemand. Was sind Gedanken? Heißt es in buddhistischen Texten. Gedanken sind unsere Freunde. Gedanken sind unsere Feinde. Nichts kann uns so sehr verletzen wie ein wenig weiser Gedanke. Nichts hilft uns mehr als ein weiser Gedanke. Unser Leben wird von unseren Gedanken geformt und geprägt. Gewöhnlich merken wir nicht, wie unser Denken unser Leben steuert. Wir verlieren uns in unseren Gedanken, als wären sie die Wirklichkeit. Denn wir nehmen unsere geistigen Schöpfungen ziemlich ernst und lassen sie gewähren, ohne ihnen auch nur im Mindesten Zügel anzulegen. Sehr häufig erweisen sich unsere Befürchtungen nämlich als keineswegs begründet. Oder wie Mark Twain einmal sagte, mein Leben war voller bedauerlicher Missgeschicke, von denen die meisten nie passiert sind. Wenn wir uns unsere Befürchtungen bewusst machen, sehen wir, dass die Furcht nichts weiter ist als eine Geschichte, meist von dramatischen Gefühlen begleitet. Doch wir müssen diese Geschichte ja nicht glauben. Die Entdeckung, dass unser Geist wahre Filmkunstwerke produziert, birgt eine radikale Freiheit in sich. Der tibetische Meister Dilo Kienzerin Poche sagte einmal, der Geist schafft beides, Samsara und Nirwana. Aber letztlich ist an beidem nichts dran. Es sind nur Gedanken. Sobald wir entdeckt haben, dass Gedanken leer sind, kann der Geist uns nicht mehr täuschen. Manchmal aber verheddern wir uns einfach in unseren endlos kreisenden Gedanken, ohne ihnen entkommen zu können. Dann hilft uns auch das Wissen um ihre wesensmäßige Leerheit nicht weiter. So sind wir häufig noch nach Monaten mit einer längst beendeten Beziehung beschäftigt. Oder wir werden im Beruf unsere Versagensangst einfach nicht los. Diese schwierigen Gedankenmuster bleiben uns nicht selten erhalten und färben unser Bewusstsein so stark, dass wir sie als Qual empfinden. An diesem Punkt müssen wir eingreifen. Wir müssen bewusst positive Denkgewohnheiten schaffen, welche die alten wenig Hilfreichen ersetzen. Im Grunde waren Buddhisten die ersten Verhaltenstherapeuten der Weltgeschichte. Die Verhaltenstherapie, so wie sie aktuell im Westen praktiziert wird, fußt auf dem Werk von Leuten wie Albert Ellis und Aaron Beck. Obwohl es zwischen der östlichen Philosophie und der modernen Verhaltenstherapie viele Überschneidungen gibt, geht die buddhistische Psychologie doch noch einen Schritt weiter. Der buddhistische Ansatz ist sozusagen Verhaltenstherapie mit Herz. Denn er gründet auf der Macht einer bewusst gewählten positiven Zielsetzung. Zuerst identifizieren wir mithilfe der Achtsamkeit Denkmuster, die uns Leiden verursachen. Zum Beispiel ein Denken, das um Wertlosigkeit, Eifersucht, Hass, Rache, Angst, Begehren und Lüste kreist. Aus tiefem Mitgefühl heraus machen wir uns so dann daran, den Inhalt unseres Geistes zu ändern. Wir wandeln unsere Gedanken um, weil wir uns selbst und andere beschützen möchten. Was wir immer und immer wieder denken, formt unsere Welt. Es ist ein Gebot des Mitgefühls, dass wir unheilsame Gedanken durch heilsame ersetzen. Der Dalai Lama meinte einmal, seine liebste Praxis sei das Umwandeln der Gedanken. Er lehrt, stellen Sie sich doch nur einmal bildlich die Folgen unheilsamer Denkmuster, wie Ärger, Wut, übermäßige Selbstkritik und so weiter vor. Machen Sie sich klar, was diese Gedanken bei Ihnen bewirken. Anspannung, der Puls beschleunigt sich, all die unangenehmen Empfindungen. Machen Sie sich klar, wie solche Gefühle auf andere wirken. Sie werden ärgerlich, steif, hässlich. Dann fassen Sie den von Mitgefühl getragenen Entschluss, ich werde nie zulassen, dass solche Zustände mir meinen geistigen Frieden rauben. Wie sein westliches Gegenstück arbeitet auch das buddhistische Geistestraining darauf hin, die gedanklichen Verirrungen zu beseitigen, welche Leiden verursachen. So können wir beispielsweise sehen, wenn wir ein beliebiges Problem verallgemeinern und es auf unser ganzes Leben beziehen, statt die Kirche im Dorf zu lassen. Häufig reden wir uns ein, Versager zu sein, wenn wir geschäftliche Verluste und berufliche Probleme hinnehmen müssen. In der Verhaltenstherapie nennen wir dies fehlerhafte Generalisierung. Wir versuchen, solche Denkmuster aufzuspüren und abzustellen, indem wir einen weisen Gedanken fassen. Ich habe ein schönes Leben und eine Familie, die mich liebt. Mein Leben ist sehr erfolgreich. Die buddhistische Psychologie geht hier noch weiter. Wir erkennen, dass verdrehte Gedanken, die auf Selbsthass, Aggressivität, Rache, Durst und Gier beruhen, nicht in unserem eigenen Interesse liegen. Darüber hinaus erkennen wir, dass solche Gedanken nichts zu unserem Wohlbefinden beitragen. Sie sind wie schlechte Freunde oder gar Straßenräuber. Wenn wir ihr negatives Potenzial erst einmal erkannt haben, gehen wir ihnen einfach aus dem Weg. Achant Schar erläutert dies mit dem Bild des Auslesens schlechter Mangos. Wenn wir eine Frucht essen wollen, greifen wir dann nach den guten Mangos oder nach den verdorbenen. Dasselbe trifft auch auf den Geist zu. Finde heraus, welche Gedanken verdorben sind und lass diese liegen, um deinen Korb mit reifen, schönen Geisteszuständen zu füllen. Wenn wir niedergeschlagen, ängstlich oder zornig sind, breiten sich in unserem Geist hunderte wenig sinnvolle Gedanken aus, die uns mit den zugehörigen Geschichten zu verwirren suchen. Das schaffe ich einfach nicht. Oder das wird doch nie anders. Und bei mir hat doch noch nie eine Beziehung funktioniert. Diese Gedanken schaffen ein unangenehm enges Selbstbild. Doch mit der Zeit werden wir geschickter. Dann gelingt es uns, das Leiden zu sehen, dass wir mit solchen Gedanken schaffen, sie loszulassen und eine weisere Perspektive einzunehmen. Die Anleitungen zur Umwandlung des Geistes in der buddhistischen Psychologie fallen sehr detailliert aus. Der Buddha selbst lehrte seine Schüler, Wie ein geschickter Zimmermann einen groben Pflock durch einen passenden ersetzt, so ersetzt der Schüler schmerzliche Gedanken durch angenehme. Selbst mit dieser Praxis gibt es einige Denkmuster, denen nur schwer beizukommen ist, zum Beispiel Eifersucht, Zorn, Angst, Sorge und das Gefühl der Wertlosigkeit. Für diese Art der Gedanken hat uns der Buddha noch kraftvollere Methoden an die Hand gegeben. Wenn dann immer noch unheilsame Gedanken auftauchen, sollten wir uns klar machen, dass diese Gedanken Schmerz und Leid verursachen. Dann wird der Geist sich selbst von ihnen befreien, als bringe er den Müll hinaus und wieder beständig, ruhig und klar werden. Wir spüren die Gefahr, wenn Eifersucht, Zorn oder Sorge sich nähern. Diese Denkprozesse ziehen den ganzen Körper in Mitleidenschaft. Sie machen jede Ruhe unmöglich. Wenn wir uns von ihnen zum Handeln hinreißen lassen, resultiert daraus nur Scham und Bedauern. Daher ist es sehr wichtig, dass wir uns nicht verurteilen, wenn wir diese Gedanken in uns erkennen. Das Gegenmittel dazu ist einfach eine klare, neue Zielsetzung. Wir sehen, dass unsere Gedanken unwillkürlich und schmerzhaft sind. Darüber hinaus sind sie nicht nur uns eigen. Voller Mitgefühl mit uns selbst können wir die von ihnen ausgehende Gefahr fühlen. Wie Müll, sagt der Buddha, können wir sie einfach wegbringen. Zu mancher destruktive Gedanke jedoch entwickelt eine ganz eigene Kraft. Dann müssen wir zu noch wirksameren Maßnahmen greifen. Der Buddha sagt, wir sollten diese Gedanken bewusst nicht beachten, uns von ihnen abwenden, ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken, so als würden wir angesichts eines verstörenden Anblicks die Augen schließen oder uns wegdrehen. Wenn diese Prozesse trotzdem weitergehen, sollten wir den wilden Fluss unheilsamer Gedanken langsam eindämmen, indem wir den Atem Schritt um Schritt langsamer werden lassen, so als würden wir allmählich vom Laufen zum Gehen kommen. Allerdings gibt es Denkmuster, die so anhänglich sind wie ein Gänzchen, das uns für seine Mama hält. Wir alle kennen das aus eigener Erfahrung. Es gibt Ängste, Zweifel oder andere Obsessionen, die uns nicht so einfach aus ihren fängen lassen. Die Gedanken sind zwar unangenehm, doch unser Geist bleibt darin hängen wie in der Rille einer alten Schellackplatte und wir wissen nicht, wie wir aus dieser Geschichte herauskommen sollen. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns von unserem früheren Freund bzw. unserer Ex-Freundin lösen können, dann ist es nur eine weitere Form, wie wir der Sucht an ihn oder sie zu denken frönen können. Von diesen Gedanken können wir uns abwenden. Wir können Achtsames Gehen oder Atmen üben. Gewöhnlich reduziert dies die unheilsamen Gedanken. Sollte auch das nicht klappen, gibt uns der Buddha eine letzte Zuflucht. Begegnet solchen Gedanken mit der Entschlossenheit eines Krieges, mit zusammengebissenen Zähnen. Presst die Zunge an den oberen Gaumen und macht diese Gedanken wild entschlossen zunichte wie einen bösartigen Kriminellen, zwingt sie unter eure Knute, auf diese Weise werdet ihr zum Meister eurer Gedanken und ihrer Wege. Auf diese Weise werdet ihr frei. Wie wir sehen, geht es dabei nicht um einen sanften Hausputz im Arsenal des eigenen Selbstwertgefühls. Wir sehen nicht jeden Morgen in den Spiegel und sagen uns, ich bin ein wertvoller Mensch und die Welt wird mir schenken, was ich mir wünsche. Die zerstörerischen Gewohnheiten des Geistes sind mitunter hartnäckig. Wenn wir sie ablegen wollen, brauchen wir Selbstdisziplin und unbedingte Entschlossenheit, uns den Realitäten dieser leidhaften Welt zu stellen. Unheilsame Gedanken binden uns an die Vergangenheit. Sie entstehen als Vipaka, als Resultat vergangenen Karmas, das sich nicht mehr ändern lässt. Unseren destruktiven Gedanken in der Gegenwart allerdings können wir sehr wohl den Nährboden entziehen. Durch die Übung der Achtsamkeit können wir sie als negative Gewohnheiten aus der Vergangenheit entlarven. Dann tun wir den nächsten Schritt. Obsessive Gedanken überdecken nämlich gewöhnlich dazugehörige Emotionen wie Trauer, Unsicherheit oder Einsamkeit. Das darin verborgene Leid müssen wir voller Mitgefühl einfach aushalten. Wir gewöhnen uns also Schritt für Schritt daran, die zugrunde liegenden Energien zu ertragen. Damit aber entziehen wir ihnen ihre obsessive Kraft. Die am stärksten verwurzelten Muster allerdings werden so nicht besiegt. Wir müssen sie ersetzen, statt nur ihre Ursache zu erkennen und sie voller Mitgefühl zu halten. Bei diesem nächsten Schritt geht es darum, dass wir heilsameres Karma schaffen. Dies ist eine der größten Herausforderungen, weil wir an den Geschichten, die wir uns erzählen, gewöhnlich wirklich hängen. Wir halten sie für unsere Identität. Wenn die negativen Geschichten dann plötzlich in sich zusammenfallen, fühlen wir uns einen Augenblick lang unwohl. Möglicherweise machen sich Sorgen oder Zweifel breit, Verwirrung und Angst vor dem Unbekannten. Davon müssen wir uns lösen, da diese Gefühlslage gewöhnlich ein schlechter Ratgeber ist. Doch unterhalb dieser negativen Haltung weiß ein Teil von uns, dass diese Gedanken nicht wahr sind, nicht wirklich, nicht lebendig. Sobald wir die negativen Denkmuster losgelassen haben, kommt eine neue Perspektive auf. Angst wird umgewandelt in Präsenz und Freude am gegenwärtigen Erleben. Verwirrung öffnet sich und wird zu echtem Interesse. Unsicherheit wandelt sich zu Erstaunen. Das Gefühl der Wertlosigkeit aber weicht einer klaren Wahrnehmung der eigenen Würde. Unheilsame Denkmuster sind nicht Teil unserer menschlichen Natur. Der Dalai Lama unterstreicht dies immer wieder. Gier, Zorn, Hass und Sorge sind keineswegs ein untrennbarer Bestandteil unseres Geistes. Als Kinder kommen wir unwissend zur Welt. Das ist der Lauf der Natur. Doch diese Art der Unwissenheit kann durch Erziehung und Lernen beseitigt werden. Auf dieselbe Weise können wir lernen, unheilsame Geisteszustände zu reduzieren. Dann kommt Glück auf und die unheilsamen Geisteszustände haben keinerlei Basis mehr. Die Romanschriftstellerin Barbara Kingsolver beschreibt in ihrem Roman High Tide in Tucson wie sich diese Transformation vollzieht, selbst wenn unser altes Leben in die Brüche geht. Die meisten von uns stehen nicht nur einmal vor der Herausforderung, ein neues Leben beginnen zu müssen. Eine schwere Erkrankung, Heirat, Umzug, der Verlust der Arbeit, eines geliebten Menschen oder eines Körperteils, ein neuer Berufsabschluss, ein Baby. Es ist einfach unmöglich, sich vorher auszumalen, wie die Veränderung tatsächlich verlaufen wird. Denn was am Ende alles treibt, ist das An- und Abschwellen von Ebbe und Flut unter der Oberfläche, das Lebendigsein unter Menschen. In meinen schlimmsten Zeiten habe ich aus der farblosen Welt der Verzweiflung herausgefunden, indem ich mich zwang, meine Augen lange und intensiv auf dem Wunder eines flammend-roten Geranienstocks vor meinem Schlafzimmerfenster ruhen zu lassen. Und auf einem anderen Wunder, meiner Tochter in einem gelben Kleid. Und noch ein Wunder fand ich, die runde, dunkle Kugel hinter der Sichel des Mons. So lange schaute ich, bis ich eines Tages wieder gelernt hatte, in mein Leben verliebt zu sein. Wie ein Schlaganfallpatient neue Teile des Gehirns aktiviert, um seine alten Fähigkeiten wiederzuerlangen, genau so lehrte ich mich, erneut Freude zu empfinden. Wieder und immer wieder. Die Entdeckung, dass wir uns aus unheilsamen Zuständen zu neuem Wohlbefinden aufschwingen können, ist befreiend. Ob wir nun arbeiten oder Autofahren, einkaufen oder uns unterhalten, uns bewegen oder für andere sorgen, wir haben die Wahl, welchen Soundtrack unser Leben haben soll. Die Sorgen der Vergangenheit, in denen die Nadel hängen bleibt, damit wir weiterhin Bitterkeit empfinden, oder das Loslassen dieser alten Erfahrungen, um all die Wunder und neuen Möglichkeiten des Lebens zuzulassen. Wenn wir die Landschaft unserer Gedanken verändern, können wir die Welt revolutionieren. 가락 die des Lebens entwickeln. Vielen Dank.